Wir sind in Lenzburg, in der Aula von der Bezirksschule. Hier bin ich mal in Piz gegangen. Mein Name ist Maja Reiniker, Nationalrätin aus dem Kanton Aargau. Und heute dabei an dem Smart Regio Lab, wo Sie für die Region Lenzburg neue Ideen entwickeln. Es ist fantastisch, was hier Personen in zwei Tagen gestand bringen. Ideen für eine neue City-OL oder wie man elektronische Informationen zusammenbringen kann, um Photovoltaik-Beratungen zu machen. Es könnte sogar auch sein, dass hier neue Ideen entwickelt werden, wenn leider das nächste Hochwasser, das unsere Region stark wieder treffen wird, als Hochwasserkanton, wie man früher gewarnt werden könnte. Wenn solche Ideen gebündelt werden, hier verschiedene Kräfte zusammenstehen, ist das etwas, was wir nur mit Fördern. Ich bin begeistert und freue mich, wenn diese Ideen weiter in die Schweiz hinaus getragen können.